Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum Unternehmensupdate von IonEnergy auf RohstoffTV. IonEnergy gab weitere Ergebnisse einer zusätzlichen TEM-Line, also sogenannten Transient Electromagnetic-Untersuchung, bekannt, die die zuvor gemeldeten acht TEM-Linien auf ihrem Projekt Urgagnaran durchschnitten hatten. Dies markiert den erfolgreichen Abschluss der TEM-Untersuchungen 2022. Die TEM-Ergebnisse weisen auf eine starke Leitfähigkeit und einen niedrigen spezifischen Widerstand hin, was typisch für einen bedeutenden Sole Aquifer ist. IonEnergy hat auf seinem Projekt Urgagnaran in der Mongolei erfolgreich zusätzliche 16 Linienkilometern in einer TEM-Untersuchung abgeschlossen, die bereits bekannt gegebenen 82 Linienkilometern durchschnitten hatte. Im Anschluss an die nordöstlichen Strukturen mit geringem Widerstand, die sich von Südwesten nach Nordosten verengen, schloss das Unternehmen die Linie 9 ab, die alle zuvor fertiggestellten Linien durchschneidet. Das Unternehmen errechnete einen 22,7 Milliarden Kubikmeter großen Solekörper mit niedrigem Widerstand und einem Cut-Off von kleiner 6,5 Ohm. IonEnergy arbeitet jetzt an der Festlegung der Standorte für die Überwachungsbohrungen und mobilisiert Bohrgeräte im Land, um in den kommenden Wochen mit dem Programm zu beginnen. Das drei Überwachungsbohrungen umfassende Bohrprogramm wird es IonEnergy ermöglichen, Proben für hydrogeologische Untersuchungen, Porositätstests, Fließgeschwindigkeiten und tiefenspezifische Messungen an Soleproben zu entnehmen, die auch chemische Analysen einschließen werden. Das Ziel dieser Arbeiten ist die Bekanntgabe einer Mineralressourcenschätzung im vierten Quartal 2022. Das Unternehmen hat für Ende September dieses Jahres einen Besuch vor Ort bestätigt, an dem technische Experten, Strategen und Analysten teilnehmen werden. Dies sollte der Aktie bald ziemlichen Auftrieb verleihen. Auf Bavaiul hat IonEnergy ein umfangreiches Schneckenbohrprogramm durchgeführt. Neben den 1.502 ppm Lithium, die im Prospektionsgebiet White Wolf auf Bavaiul entdeckt wurden, meldet das Unternehmen die Entdeckung starker Kupfer-Nickel-Anomalien, wie sie von Arangien-Resources bekannt gegeben wurden, was den Wert des Abkommens über gegenseitige Abbaurechte, das am 1. Februar 2022 mit Arangien-Resources-Limited geschlossen wurde, weiter untermauert. Somit kämen nun zum Lithium womöglich noch Kupfer und Nickel dazu, was sich im Aktienkurs bisher nicht widerspiegelt. Auch der Kurschart zeigt sich freundlich. Ein erstes Kaufsignal wurde mit dem Bestoßen der 50-Tages-Linie von unten nach oben kreiert. Auch der MACD dreht in positives Terrain. Ein erstes Kursziel sind die alten Hochs von 60 bis 65 kanadischen Cents. Fällt die Ressourcenschätzung sehr positiv aus, dann dürfte auch die einkanadische Dollar-Marke kein Problem mehr darstellen. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Klämer. Die besprochenen Aktie ist Teil des SAC-Mein-Special-Situation-Zertifikats und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen.